Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit mir und Steve. So, wir helfen immer noch dieser Karawane hier. Und wir sind auch schon fast da. Ja, und die Sylvari hält nicht viel aus. So. So, scheint benötigen die auch wirklich unsere Hilfe, weil sonst kommt die wahrscheinlich wirklich nicht an. Naja gut, also wir sind letzte Folge Stufe 30 geworden. Die Karte haben wir auch fast abgeschlossen. Heißt, in diesem Part machen wir wahrscheinlich nur noch die Map fertig. Und bereiten uns dann auf den nächsten Teil unserer Geschichte vor. Ich kann nicht auf den Weg. Und da hinten läuft Hodor. Dass sich der Name so verbreitet, hätte ich auch nicht gedacht. So Leute, legt doch mal bitte einen Schritt zu. Warum kommen da so komische Dinge aus dieser Freistadt rausgeflogen? Sieht das nur so aus, weil wir so weit weg sind. Das sieht irgendwo auch witzig aus, ne? Ne, jetzt kommt da nichts mehr rausgesprudelt. Naja. So, da kommt nochmal eine Horde Wölfe. Na gut. Tja. Keine Herausforderung für einen wahren Helden. So, sag an, sag an, sag an, sag an. Vielen Dank an alle. Es ist nah genug. Probier, zu schützen. Ja, alles cool. So. Straßensperre. Das soll mich jetzt nicht interessieren. Nein, nein. Wir laufen erst erstmal den Weg hier entlang. Von einem Sichtkupfer. Das sehe ich jetzt schon. So. Und eine Wegmarke, die mich eigentlich mehr interessiert. Aber dieses Kupfer nehme ich natürlich auch gerne mit. Warum nicht, ne? Wenn es da schon liegt. Und zack. Ist ja auch ein sehr wichtiger Teil. Sehr wichtiges Element in diesem Spiel. Immer schön Materialien sammeln. Materialien lagern. Sehr, sehr wichtig. So, hier hinten gibt es nichts. Aber hier geht es dann weiter. Ein bisschen versuchen, hier die Gegner zu umlaufen. Und dann fordert die Diener von Jormak, dem Eistrachen heraus. Überfallt das Gebiet unter der Kontrolle der Syndeswaniers. Zerstört alle Anzeichen von Jormaks Verderbnis. So sei es. Dann fangen wir mit euch Lumpen packt doch gleich mal an. Aua. Aua. Wow. Aua. Wie sie alle Geld schreien. So. Jetzt habe ich mich so gefreut. Gut. Dann laufen wir halt rum. Wollen wir hier mal noch ein bisschen was kaputt. Ich will mitmachen. Ach komm, ey. Äh. Ich komme. Okay. Das ist nicht ganz verstanden, wo ich jetzt war. Äh. Okay. Komm, mach mal Abgang. Mach mal Abgang. Zack. Pieks. Pieks. So. Sehenswürdigkeit. Drachensegenfeste. Gegner sind irgendwie gerade relativ wenig. Boah, eigentlich keine. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal um diese Banner hier kommen. Die bringen wir fürs Erste auch erstmal genügend. Ansonsten. Ah, da hinten sind Gegner. Gegner hast. Randa. Oh, ne, Truhe. Ne, Truhe ist immer was Gutes. Natürlich gleich zwei Bogenschützen. Na, reicht ja nicht. Kommst du hier her. Geht doch. Zeugs, Zeugs, Zeugs. Hey, nicht unverwundbar sein. Oh, nein. Ja, ohne Speedbarfurt, das ist jetzt schwierig. Scheiße. Oh. Hahaha. Ja, okay. Bei ihm, das sieht gut aus. Ja. Ich komme. Sie ist so schnell. Ja, ich bin auch gleich da. Alles gut. Du blöde Einbrecherin, hey. Ja, er macht das. Er macht das. Sehr gut. Nice. So. Haben wir gleich noch ein paar Sachen bekommen. Ist doch sehr schön. Momentan wieder fast voll. So. Dann können wir uns weiter auf das Herz konzentrieren hier. Spawnen jetzt auch mittlerweile wieder Gegner. Das ist ganz gut. Das ist eigentlich immer noch Nacht. War es eigentlich jetzt wirklich mein Tag? Ich glaube nicht, ne? Naja. Oder doch, doch, doch. Ein oder zwei Zentimeter durch Tag, ja. Ich habe es nur nicht mitbekommen. Irgendwie. Das war, komm. Stirb. Weg damit. Und weg damit. So. Jetzt hier noch ein paar Schnetzeln. Dann dürfte es eigentlich... Oh. Ja, da in deinem Gesicht. 15 von 15 Herzen. Offiziell ist Cent. Schreiben. All rüberfälle auf die Söneswanias haben uns sehr geholfen. Ich dachte, ihr solltet wissen. Danke. Löwensperr, Ali. Ja, die Dankbarkeit ist halt... Ja. So, jetzt geht mir aber weiter. Ich muss nämlich hier hoch. Da oben ist ein Panorama. Ja. So läuft das hier. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und... Ähm. Und hier. Und zack. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Ach ja. So. 10 von 10. Es fehlt uns also noch hier die Wegmarke. Und hier. Ein kleiner Bereich. Nämlich ein Heldenpunkt. Wer mich nicht alles täuscht. Sogar... Äh... Noch eine Sehenswürdigkeit. Ich muss jetzt hier mal wieder... Ein bisschen vorsichtiger... Loy. So. Wetten. Kurz bevor ich da bin. Sucht er sich dann eine Wegmarke. Und spawnt da. So. Ihn muss ich jetzt erstmal wegmachen. Nee. Es spawnt sich nicht weg. Meistens spawnt sie sich dann erstmal noch weg. Wenn... Ähm. Wenn ich grad anfange, die wieder zu belegen. Ah. Dann... Dann... Dann nehmen wir eine Wegmarke. Dann ist es krö. Dann helfe ich ihm hier noch ein bisschen. Zack. So. Weil wir lassen ja auch keine anderen Spieler am Stich. Dafür sind... Ist man ja da. Dass man den anderen hilft. Oh, du. Boah. Game of Thrones müsste ich mal weitergucken. Staffel... Ist es sechs letztens angefangen. Ich weiß immer noch nicht, wann ich gucken soll. So eine Zeit mangelt es ja eigentlich nicht, aber... Weiß nicht. Irgendwie... So. Hälfte von Level 30. Mein Gott. Dass uns dieses Gebiet noch so viel bringt, hätte ich nicht gedacht. So. Schalten wir hier die erste Wegmarke mal frei. So. Da. Zack. Oh. Zwei Sehenswürdigkeiten fehlen uns sogar. Habe ich wieder irgendwo eine übersehen? Ich glaube, ich habe irgendwo eine übersehen. Oder... Nee, doch... Ja. Genau. Das war die eine. Und irgendwo... Hier... Ist eine Höhle. Irgendwo ist hier eine Höhle noch. Ah, ein bisschen weiter runter. Da geht es hier rein, genau. Das ist, glaube ich, die Höhle, die wir gerade... aus unerfindlichen Gründen, oder? Nee, das ist die andere Sehenswürdigkeit, okay. Da ist wieder Shiba. Shiba sehen wir sehr oft. Hallo, Shiba. Rrrr. Rrrr. Nein, ich hau'n, ich hau'n, Aua. So, mach dich mal weg hier. So. Und... Und... Gleich haben wir diese Karte abgeschlossen. Okay, dann legen wir uns lieber mit der an. So, zack. So. Und... Hälte Zwiegesprache an diesem Ort. So gesagt, getan. Heldenherforderung... Herausforderung, genau. Herausforderung abgeschlossen. Wir haben einen mächtigen Betrügerwamstes, der Melandro, der uns nichts bringt. Einer Zittergipfel, starb der Qual. Äh, ist leider schwächer. Eine Transputationsladung, 40 Jutta-Reste. Wenn ich langsam nicht mehr weiß, wohin wir diesen Jutta-Resten arbeiten gehen. Alles kein Ding. Alles kein Ding. So. Passt der auch, weil wir haben den Part jetzt abgeschlossen. Damit sind die Wandererhügel auch erforscht. Gut. So. Dann... Gehen wir mal erstmal in die Zitalelle zurück. In unsere Heimat, wo wir schon sehr lange nicht waren. Ja, komm. Laden. Okay. So. So, so, so. Dann... Erstmal... Erstmal Materialien lagern. Transportationsladung. Dann... Schauen wir erstmal, ob wir irgendwas gebrauchen können. Naja. So viel besser ist es jetzt auch nicht. Danke, dass ihr uns heil da rausgeholt habt. Ja, also ich sehe da eigentlich... Waffenruhe hin oder her. Hätte nie gedacht, dass Char mal Menschen retten würden. Das hat nichts mit der Waffenruhe zu tun. In unserer Stadt hält sich jeder an die gleichen Regeln. Ja, ich verstehe. So. Dann packen wir mal hier die Beutel aus. Machen wir nämlich, bevor wir den Part beenden, jetzt hier noch Inventar sauber. Und... Und... Oh, Leder. Ja. Auch nicht mehr. Okay. Hm. Langsam weiß ich nicht, wohin damit. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir auch. Äh, ich brauche hier mal irgendwie einen Kaufmann, Kauffrau, irgendwie irgendwas, wo man das verkaufen kann. Huch, hoppala. Bis später. Ja. Wenn's kaputt ist, setzt es was. Das können wir verkaufen. Das verkaufen wir auch. Das behalten wir erstmal. Und... Ja gut, dann ist das Inventar. So, das geht mir auf den Sack. Jetzt geh weg. So, und dann... Ich muss mal schauen, dass wir irgendwann mal größere Inventartaschen bekommen. Und besorgen. Das, äh... Mal schauen, wann ich das in Angriff nehme. So. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle wieder herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig ein Däumchen da oder einen Kommentar. Beides würde ich mich ganz toll freuen und würde mir ganz toll weiterhelfen. Ja. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Tschööö.